So, nun sind wir wieder hier, ne? Ja, bestimmt werdet ihr euch fragen, warum ich jetzt schon langsam leise werde. Nicht nur, weil ich so langsam müde werde, sondern weil direkt dem an der Wand weiter meine Eltern pennen. Ich will die natürlich nicht aufwecken, etc., ne? Und, äh, ja. Ich werde den jetzt mal versuchen in den nächsten Wochen, auch wenn ich nicht weiß, wer es ist. Kommt mir mal rein. Och, wieder so ein Rumpf. Boah. Klick, klick, klick. Sehe, dir, passiert gar nichts. Och, ne, ist das doof. Och, ne, jetzt kann ich nicht... Ich glaube, ich muss mich wirklich für aufregen. Da war etwas, egal, nichts. Boah, da habe ich den Mega-Buster schon probiert, bin ich mir nicht sicher. Probieren wir den mal. Warte, warte. Warte, warte. Mach mal so. Oh mein Gott, ist das Suck, das Suck zu ey. Oh mein Gott, lass diese Qualen enden, bitte. Dieser Boss lutscht Zwergen-Schwänze. Ich habe zu viel Witcher gezockt, sorry. Okay. War ein92 Tout-Ach-Schwänze. War western Gedanken-Schwänze. Wenn wir euch den Glas だern probieren müssen, was wir die Kiloか Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF-Gottes Scheiß, weil ich hab' noch nie mal zwei gärbe Spiele gespielt, es ist... Oh Gott, ist wieder snackt! Gott, Janess, ich liebe dich! Ness! Ness! Oh, Janess! Ich bin Mr. Typ mit dem Mega-Augasmus-Weiß-Beschafft! Jaja... Kann es ja was spannenderes geben, als mitten in der Nacht so ein geiles Spiel zu spielen, ey! Ohne Scheiß, ey! Ja, noch tausend andere schöne Sachen wahrscheinlich! Lasst mein Volk doch ziehen! Hey, ich bin gut! Ach, Rush, Mistvieh! Ich... Ich... Ja, vorhin wurde gefragt, äh, wurde gesagt, dass ich Rush nur hasse, weil, äh... Weil, denkst du uns, weil Funk ihn auch hasst! Mm-mm! Funk hat mich davor, äh... Rush hat mich davor schon abgefuckt! Ganz einfach, weil das Vieh meistens nur Scheiße baut! Und das ist wirklich so! Das seht ihr! In den meisten Fällen baut's nur Kacke! Vieh! So! Das hier da... Also bisher gefällt mir noch diese Stage hier! Das ist noch nicht so schlimm! Da ist noch gar nichts Schlimmes drinnen! So! Achso! Ja, gut! Oh! Ja! Geil! Auf zuerst! Ja! Nein! Aber guck mal! Ja, okay! Jetzt hat man die Leiter runtergehen müssen! Hätte man es jetzt nicht geschafft! Und ohne Safe State! Okay! Ja, die mag ich doch am liebsten, ey! Diese Viecher, ey! Das ist jetzt so eine Mischung aus Starman! Kann das sein? So wie Starman ist das gerade! Hermann Hermanns auf der Spur nach der Superbohne! Oh, ne! Ja, keine Lust mehr! Viecher! Viecher! So, ey! Ich muss echt noch ein bisschen aufgedrehter werden, oder? Ich mein... Pfff! Ich bin aufgeregt! Nein! Wer sagt denn, dass ich jemals aufgedreht war in meinem... Leben? Niemand, ne? Nein! Noch nicht! Pfff! Ja, das fieste ist es so immer! Das fieste ist so episch! 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 Pfff! Ach ja! Ne! So was mag ich ja echt! Ist es nicht... Das hindert mich gerade irgendwie an Super Mario! Warum auch immer! Nein! Wieso bekomme ich jetzt ein Scheißleben? Oh, ne! Rush! Rush ist wieder der Helfer der Not heute! Rush! 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 Nein! Nein! Du bist so ein... Drecksköter! Boah, Rush! Ich... hasse dich! Ich hab deine Oma gekannt! Die war... Die war nutz... Die hat mir mehr genutzt als du! Oh nein! Rush! Du Drecksköter! Du Drecksköter! Du Drecksköter! Rush! Du Fiech! So, Rush! Zeig, was du kannst! Mondsteine fliegt und siegt! Rush! Rush! Du Fotze, ey! So ein Vieh, ey! Oh mein Gott! Rush! Ich weiß, wo dein Haus wohnt, ja? Ich werd' das Haus so abreißen! Ja, Rush! Du kannst ja was! Rush! Ich würd' mich aber an deiner Stelle beeilen, Rush! Denn unter uns fährt die Bahn des Todes... Ach, ge... 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 Ja, wieder von neu... Rush! Rush und ich, wir sind wie ein Herz und eine Seele! Wenn ich der Seele doch den Leib rausreißen könnte. Oh, dann wäre ich ja tot. Das ist ja schlecht. Ja, Wash. Oh, Mondsteinflieg und Sieg. Wie ich schon vorhin sagte. Ja, Wash. Der Wash und ich, wir wären bestimmt beste Freunde. Ihr wisst Bescheid und so, ne? Ja, geil. Der Wash ist... Herrmann. 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 Ach komm, Herrmann, das tust du mir aber jetzt nicht an. Herrmann. Also manchmal... Herrmann? Manchmal hasse ich dich, Herrmann. Weißt du Bescheid? Noch... Herrmann, dich gibst du einmal. Dich gibst du nicht zweimal. Herrmann. Herrmann. Hör drauf, was Onkel Mirko dir sagt. Dich gibst du nicht zweimal. Ja, scheiße. Ich muss Herrmann töten. Jetzt ist er wieder da. Ja, war doch klar. Das war so... Das war so klar. Oh, nee. Achso, ey. Herrmann, bitte. Alter. Denk an deine... Denk... Herrmann, denk doch an deine Kinder. Was würden die dir dazu sagen, wenn du hier arme Männer umbringst? Deine Kinder gehen doch an Karneval auch als Blauficker. Blaumänner. Herrmann. 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 Herrmanns. Herrmann. 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 Ergebe dich, oder ich werde dir wehtun. Herrmann, ich meine das ernst. Herrmann. Es ist Herrmann. Hättest du dich doch ergeben. Hättest du dich doch ergeben, Herrmann. Also, ich hab dich gewarnt, Herrmann. Also, das war mir voller Ernst, du Viech. Ja, jetzt lass ich langsam wieder mein Gamer-Herz aufblühen. Wie viele Leben haben wir mittlerweile auch nur neun. Stimmt, man kann nicht mehr haben. Oh, das war natürlich super getimt. Oh, das war natürlich super getimt von mir. Das war die Königsklasse, Leute. Das war wirklich so super getimt. Kann man eigentlich besser timen? Nee, ne? Ja, jetzt war ich auch von mir selbst überrascht. Das war mir jetzt wirklich gut. Nein. Bitte nicht. Herrmann, bitte. Hab doch, hab doch Erbarmen mit mir. Herrmann. Herrmann, bitte. Ja, Herrmann, danke. Danke, Herrmann. Danke, Herrmann. Also, ich mag dich jetzt echt. Boah, dieser Herrmann, ne? Das ist... Ja, mit dem Herrmann, mit dem möchte doch jeder gern mal ein Eis essen gehen, oder? Also, Herrmann ist wirklich so der Retter in der Not, wenn gar nichts mehr geht. Da greift, da kommt Herrmann und schreitet zur Tat. Herrmann. Er ist super, Herrmann. Auf der Suche nach Helden-Tapu. Ich glaub, ich hab gerade das Ende gesehen. Ich hab gerade das Ende... Ich hab das Licht gesehen. Ich hab das Licht gesehen. Oh, nein. Ich hab den Herrmann-Hermanns gesehen, ey. Der war fett. Also, Herrmann. Nein, Herrmann! Herrmann-Hermanns. Ich hab's jetzt schon... Oh Gott, ich bin sogar so im Herrmann-Hermanns-Wahn, ey. Dritter Boss. Gut, dann stopp ich wieder hier. Bis gleich, Leute. Over and out. Wir sehen uns. няu Wax. einenakan alten Achss juryCR. Mem Pain man schief einen Bow. Bis zum nächsten Mal.